So, willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow 2, wo ein alter Mann in einer roten Kutte durch die Großstadt wandert. Welche ist das überhaupt? Gute Frage, vielleicht kriegen wir es raus. Vielleicht anhand der Polizisten? Revolution. Tja, wo bin ich? Hilf mir, und ich kann dich von deiner Immortalität befreien. Hm, hast du das jetzt ja oder nein? Gut, wir spielen also weiter als Gabriel. Einen der Söhne? Telefon. Okay, es ist London. Anscheinend. Zumindest Großbritannien. Irgendwo. Anhand der... Wie ist das Telefon? Das kann man sich erkennen. Wir müssen vermutlich dem kleinen Kielchen folgen, dem, wenn es leuchtet, können wir über die Straße, werden wir überfahren. La, 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 la. Don't go. Please. Come with me. Okay. Wie ihr seht, ich habe es auf Deutsch umgestellt. Ich spreche Deutsch, ich lese Deutsch. Don't go. Please. Please. Come with me. Okay. Es ist grundsätzlich einfacher für das Spielverständnis. Können wir sprinten? Wir springen? Please. I've got to help you, sir. Äh. Ich glaube, wir haben keine Hosentasche, dementsprechend auch kein Kleingeld. Ah, sir. Have mercy. Ja. Ich würde ja, wenn ich könnte. Aber ich darf nicht. Können wir in der Gespräch teiligen? Hier. Johnson Gear. Ja. Was denn? Peitsche? Lebensentziehendes Schwert? Dieke Teufelsfeusten? Whatever you need, I've got it. Ja. Ich glaube nicht, dass du das hast, was wir brauchen. Kamerasucht raus. Und speichert. Ich lue auf. Tog. Rebet, Rebet. Äh. Erstens. Wer ist das? Der gehörte. Was weiß ich? Woran labt der sich? Okay. So schwach sind wir dann anscheinend? Doch. Ui. Das ist ja süß. Müssen wir jetzt irgendeinen Trick anwenden. Glocken. Glocken. Müssen wir sterben? Sind wir uns sterblich? Wir sind uns sterblich. Richtig. Alles klar. Es ist gewollt. Kicktime, irgendwas? Oh. Okay. Wer bist du? Schickes Schwert. Und... Knockout. Oh Gott, müssen wir uns jetzt an unschuldigen laben? Stay away from me. Captain, you come here! Now! Let's get in here! How will you stay away from me? Help! Help! Please! Come on! Wir sind in der First Person-Pirpete hier. Das gab's bisher nicht. Wir müssen wirklich auf unseren Lebenslauf nachdenken. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist... Das ist fies. Na ja, wir erledigen das auf unsere Weise. Steht ihr? Weil das Kind jetzt kein Alten hat. Oh, fies. Na ja, ist ja nur ein Spiel, ne? Was sind das für schäbige Ringe? Du schon wieder. Na klar. Sobeck. Sobeck. Ich weiß, was er will. Ich weiß, was er will. Ich weiß, was er will. Du hast vor dir gesehen, der legendärer Vampire-Killer. Ihr old weapon, wenn du erinnerst. Natürlich. The only weapon capable of ending your immortal life. You thought it destroyed. But you see, you can have the eternal rest you crave, after all. Hm, Jean-Claire. Rauchen ist ungesund. Now, even my bodyguard is more than a match for you. The Acolytes know you are weak and are preparing for their father's return. Now they fear nothing. Don't they fear the mighty Zoban? Only you, in full possession of your powers, can defeat them. Follow me, please. We must find and destroy the Acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. It won't be easy. They govern the world of men from the shadows. Not even I know, with any degree of certainty, who or where they are. They won't come out into the light unless we can force their hand. The Acolytes must never know who hunts them down. The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. And you don't know who they are or where they are. Do you know that this city is built upon the foundations of your castle? The Acolytes are focusing their attentions here for very good reason. Satan has specifically chosen this place for his return. He means to enslave you first. To humiliate you for what you did to him. Let's get on with it. Hm. Kann man ihm trauen? Was so richtig viel zu tun hatten wir bis jetzt noch nicht. The Acolytes must plunge the world into chaos before Satan can be summoned. Their activities leave spectral traces, which are difficult but not impossible to follow. This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation. I suspect that one of the Acolytes is operating from there. The complex was sealed two months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the Acolytes. But be careful. What are you waiting for? Decurgent world. What is that? Oh. aus dem guten alten Castlevania ein Splitter Cell, oder was wird das jetzt? ein bisschen sneaky peeky ok, back in the business oh mein Gott kann sich auch normal anziehen so du kannst jetzt in dein Reisetagebuch sehen drücke back, um es zu öffnen das ist die Karte deines Reisetagebuchs verwende sie, um jederzeit Missionen zu finden und zu wählen drücke A, um fortzufahren aha, Hauptmission ich muss das Bio-Kimec-Unternehmen ausspionieren ok das ist die Fähigkeitenseite deines Reisetagebuchs verwende sie, um neue Fähigkeiten zu kaufen um dir den Beherrschungslevel deiner Waffen anzusehen äh was machen wir denn hier? Schattenpeitsche alles klar, die leeren Felder sind wahrscheinlich das Schwert und die Fäustchen die Techniken, die werde ich eh nie auswendig lernen können gehen wir da das ist die gegenstimmte Seite deines Reisetagebuchs sieh sie dir an, um zu erfahren, welche Waffen, Mächte und Spezialobjekte du besitzt wie besitzt man denn? Herz Draculas aha, als Gabriel sein Blut gegen das von Laura austauscht setzt deine Veränderung ein, die nicht nur rein physisch war, sondern auch jegliche Liebe mit Gefühl und Zärtlichkeit aus dem Herzen des Mannes Vertrieb um den gnadenlosen Finsternis des Drachen Platz zu machen es ist eine übernatürliche Macht, die vom Blut ihrer Opfer genährt durch seine Adern fließt die ihm zugefügten Wunden heilt und den qualvollen Fluch bis in alle Ewigkeiten verlängert das klingt nicht gut naja Schattenpeitsche geben wir als umfangreiches Training mit dem Kampfschwirt Bullying Dracula erharten der Prinz der Finsternis setzt nun sein eigenes Blut ein das die Form einer geschwungenen Peitsche annämmt um überall wo ihr hin geht Schmerzen und Tod hervorzurufen die dunkle Flüssigkeit ist an eine übernatürliche Kraft gebunden und verhärtet sich beim Abschlag vor ihrem Tod spüren die Opfer wie sich tausende Reißzähnen in ihr Fleisch bohren ihre Knochen gebrochen und die Lebenskraft herausgerissen naja sollen sich eigentlich ziemlich harmlos nicht das ist die leeren Seite deines Reisetagebuchs sieh sie dir an um mehr über die Welt von Castlevania und ihre Bewohner zu erfahren oh Gottchen äh später so deine aktuelle Mission ist auf der Karte eingezeichnet uh eine Minimap rechts oben in der Ecke neues Bildmaterial erhalten du kannst dir das gesamte gesammelte Bildmaterial im Bereich Extrasse Hauptmenüs ansehen ach du ahnst es nicht dahinter schweigt auch was was ist das ein Shell okay let's get down to business du hast jetzt genug Erfahrungspunkte damit um deine erste Fähigkeit zu erzeugen was nur durch äh Hydrantenkloppen ach du ahnst es nicht auf dieser Seite kannst du Fähigkeiten kaufen tausche denn Erfahrungspunkte gegen Fähigkeiten an oder verbessere Draculas Angriffsfähigkeiten äh Salto Preis Upgrade Preis 800 150 den Salto du kannst diese Fähigkeit kaufen du hast 150 wir brauchen 150 während du mit LT blockst verwende die Sprungtaste um über deine Fahne zu sprengen und hinterhin zu landen ach warum nicht komm können wir auch so den Salto nein das wird doch der Sprungdauer zerschein können wir denn schon diesen schicken Slide machen ja kostet das hinten dabei seine Energie nein wir sind überall Erfahrungspunkte oh da lief was so wir haben da lief was Drücke B um dieses Denkmal zu erhalten Stadtdenkmale Chroniken des alten Lichts am genauen Standpunkt dieses Denkmals wurde vor 500 Jahren die sogenannten Chroniken des alten Lichts entdeckt diese apokryphischen Texte erzählen im Detail von den schrecklichen Erfahrungen jener denen es gelang den Klauen Draculas zu entkommen die meisten von ihnen verloren den Verstand und auch Körperteile die von Ghulen, Vampiren und Harpieren verschlungen wurden diese Überlebenden starben kurz Zeit später an den grauenvollsten Fektionen und Wahnvorstellungen einigen gelang es jedoch auf wundersame Weise sicher und unversetzt zurückzukehren mit ihrer Hilfe konnten Karten vom Inneren der Burg und genaue Erzählung von den Schrecken die sich dort zutogen zusammengestellt werden das war der große Roland de Ranceval Gottes Paladin der das Militär anwies diese Karten zur Wend so dass sie Kenntnisse über die Burg erlangten die im Rückblick für den Sieg über den Prinzen der Finsternis von großer Bedeutung waren aha okay gehen wir zum Tor Sesam öffne dich leuchtet ein rotes Licht über einem Gegenstand kannst du ihn mit der mit den Schattendolchen zerschlagen die haben wir schon haben wir die schon halte rt gedrückt um mit den Schattendolchen zu ziehen oh wir haben anscheinend unendlich links diese kreisrunde Blutanzide äh was gesammelte Bildmaterialienbereich extra naja ok muss ich noch was vergessen nein iiii raten ach ne iiii vampir bio cool ein ganz normaler wachsoldat leicht bewaffnet tatsache splinter 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 versteckt aber wo uh i can hide there oh Was? Was? Jetzt benutzt du den Megenstick, um das Schattenportal zu verlassen. Das sollte ich glaube ich noch nicht tun, oder? HALF! Oh, dann müssen wir in der Wache vorbei. Die Ratten laufen. Hör! Use die unguarded dark area to recover your appearance. Okay. Komm, Idioks. Wo ist es? Ach, das waren gar keine Herzchen, die von den Ratten aufstehen, glaube ich. Das sind nur Lichtreflexionen. Schade. Okay, was haben wir jetzt geschafft? An der Wache vorbei? Müssen wir uns das leise reden? Der B, oder? Jo, die B, die geht. Und jetzt können wir randalieren. Sehe ich das richtig? Also, okay. Also zur Tür schlossen. Ach, da ist ein Schalter. Der leuchtet. Das ist nett. Zugang gewährt. Wo hast du eine neue Charakterdatei vergeschaltet? Dann zieh sie dir in deinem Reisertag an, indem du die Backtaste drückst und machen. Okay, wo fehlen? Armee Satans, der Golgoth-Wächter, die im Labor gezüchteten und aufgezogenen Golgoths, könne in der Evolutionskette als Verbindungsglied zwischen Mensch und Maschine gesehen werden. Ihre geklonten Körper wurden genetisch verändert, damit sie schneller wachsen und größer werden als normale menschliche Wesen. Ihrem Verstand hingegen bleibt keine Zeit, sich zu entwickeln. Würde man ihnen nicht strikte Anweisungen erteilen und ihre Evolutions unterdrücken, wiesen sie alle Merkmale eines Kindes auf. Ihre einzige Aufmerksamkeit besteht darin, Bayo Kimmack vor Eindringlingen zu schützen. Zu diesem Zweck wurden ihnen vom Militärverbund eine unzerstörbare Rüstung sowie eine gewaltige Granatenwerfer beigestellt. Ich weiß, dass du dich da versteckst. Du runter wirst sterben. Zitat. Der typische Gottwirtwächter. Gut. Ich stehe nochmal zurück zu den Fässern hier. So, alles gut zum Kleinen. Das können wir nicht zerdibbern. Drücke B. Was? Um die Tore dieser Schleuse zu schließen. Schau, wieder genug Fähigkeitspunkte. Meine Güte. Kombiniere Peitsche 0%. Verwende sie im Kampf, um ihre Hersteller Behälter zu füllen. Du kannst diese Fähigkeit verbessern. What? Kombinierte Peitsche? Ach so. Einfach nur ganz oft X. Das kann ich. Juhu. Kosse. Okay. Und jetzt? Irgendwo müssen wir wieder... Ach da. Jo. Sealing. Decontamination. Ein sofort für sich. Releasing cleaning gas. Please do not make sudden movement. Okay. Einfach stehen bleiben. Decontamination successful. Initiating hatch opening. Alles klar. Die Tür ist auf. Der Weg ist frei. Und der Weg hinführt. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Und... Tschüssi. Hmmmm!